Hertha BSC und Greuther Fürth trennen sich 5 zu 0. Was war bitte heute mit der Hertha los? In den ersten Spielen nicht ein einziges Tor selber erzielt und jetzt auf einmal 5 nach fast 300 Minuten ohne Tor in der zweiten Liga. Es war Tabakovic, der in der 23. das verdiente 1 zu 0 erzielte, Winkler kurze Zeit später mit dem 2 zu 0. Und da war Fürth schon quasi gerädert, weil die Hertha mit dem Doppelschlag quasi das Ganze auf sich gezogen hat. Und das Selbstbewusstsein war einfach zu 100% da, was man die letzten Wochen überhaupt nicht gesehen hat. Wie gesagt, der Halbzeitstand und nur ein paar Sekunden war die zweite Halbzeit alt. Daday, der Sohn vom Trainer, machte in der 46. das 3 zu 0 und das Schien auf jeden Fall alles durchzunehmen. Fürth hat nicht aufgegeben, hatte auch seine Gelegenheiten, gute Gelegenheiten, hat diese aber liegen lassen oder sie wurden ganz stark pariert. Das 4 zu 0 und damit die endgültige Vorentscheidung dann durch Prevdiak in der 66. Minute und sogar noch ein paar Minuten später macht Tabakovic mit einem Konter. Führt am Ende nur noch mit Harakiri, hat alles versucht, aber vergebens macht dann das 5 zu 0 seinen Doppelpack. Und die Hertha gleich jetzt das Torverhältnis ein bisschen aus, hat jetzt die ersten drei Punkte. Und wenn die so spielen, jeden Spieltag, dann ist die Hertha auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat. Die Frage ist jetzt, war das eine Eintagsfliege oder ist die Hertha jetzt wirklich aufgewacht und kann in den Aufstiegshampf mit eingreifen? Wir werden sehen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.